Um mit dem Sturmsoldaten von Level 6 auf Level 7 zu kommen, müssen wir 40 Gegner mit Sturmgewehr der Schrotflinte töten, 5x 3 Gegner mit Sturmgewehr der Schrotflinte in weniger als 20 Sekunden, 3x 3 Gegner mit Granaten und 3 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Kampfgeist-Technik. Da vorne sehe ich schon die 3 bzw. 4 Gegner. Doch, hier ist was. Einmal Kampfgeist-Technik aktivieren. Das waren die 2. Es hätten natürlich auch können jetzt die Granaten-Kills sein, aber die müssen ja nicht, die sind ja nicht irgendwie zeitlich begrenzt. Es wird jetzt natürlich gerade dunkel. Mit dunkelster Nacht wird es noch extra dunkel. Aber wir haben hier vorne einen kleinen Compound. Wow, das war gefährlich. Ich aktiviere mal das Nachtsichtgerät. Ich hätte gern, dass die Sicht mit dem Nachtsichtgerät nicht so verschwommen ist. Sieht aus, als hätte ich keine Brille an. Hallo Gegner. Nummer 1. Zwei. Da ist noch irgendwo einer. Da. Und das war das zweite Mal drei Gegner. In weniger als 20 Sekunden. Da ist einer drin. Ist gut zu wissen. Kommst du raus? Der kommt nicht raus, weil die Tür zu ist. Ich kann die aber mit seinem Kameraden öffnen, die Tür. Da schießt doch jemand auf uns. Da schießt doch jemand auf uns. Ja, ja. Geh du nur in Deckung. Ich töte dich dann halt mit der Pistole. Wie er direkt rausrennt. Wie er direkt rausrennt. Ich glaube, es hackt. Was? Ein Arschgesicht. Tschüss. Mach's gut. Gute Reise. Oh, Schrotflente. 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 Oh Gott. Ja, das war's. Gut. Ein bisschen bedachter vorgehen. Da war ich vielleicht ein bisschen zu cocky hier. Mit dem Typen da in dem abgeschlossenen Räumchen. Da war ich vielleicht ein bisschen zu cocky. Andererseits ist es ganz gut, es leben wieder alle. Und ich habe wieder volle Ausdauer. Zack. Der ist einfach umgefallen. Zack. Der ebenfalls. Einer unserer Jungs wurde getötet. Sie sind hier. Hast du ein Gegner? Ja. Ich will ungern Zivilisten ermorden. Ich bin zu cocky. Ich muss weg hier. Musst du das? Du hättest nicht gemusst. Er sollte froh sein. Es darf aber bleiben. In der Basis scheint alles soweit noch ruhig zu sein. Drinnen ist immer noch der. Den lasse ich diesmal nicht raus. Hab ja gesehen, was dann passiert. Und die Kampfgeisttechnik ist wieder bereit. Aber die benutze ich erst dann, wenn ich es laut Aufgabe muss. Oh, hallo. Und du da. Darfst auch sterben. Das ist kein Angriff. Das ist kein Angriff. Das waren drei. Oh. Wir sind nicht weit. Kontakt. Wir haben Feindkontakt. In Ordnung. Augen auf, Leute. Das war dumm. Er steht da oben, aber ich kann leider nicht durchs Holz schießen. Pass auf. Es sind Feindeinheiten in der Nähe. Was? Er sagt das. Oh, shit. Oh, Gott. Fuck, 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 fuck. Und wieder tot. Das ist der zweite Tod. Ehrlich so sein wollte ich da nicht runterfallen. Aber gut. Passiert ist passiert. Wie viele Gegner brauchen wir noch? Nicht mehr viele. 21. Und immer noch drei mit Granaten. Sollte vielleicht doch das Nachsichtgerät anschalten. Einschalten. Aktivieren. Ich könnte mich eigentlich auch einfach immer wieder töten lassen. Moment mal. Ich werde nachsehen, was das war. Sucht weiter. Hier ist was faul. Ja, ist hier was faul. Das ist ja... Das ist ja ein Ding. Ihr redet. Ihr spricht. Als hätte er... Es gibt nie was zu melden. Granaten. Kriege ich die Granate da runter? Ja. Toll. Habe aber nur einen gekriegt. Mist. Offenbar ist es ein... ...sogenannter Sprengschutztisch. Sie sind hier. Endlich was man auf schießen kann. Ich weiß nicht, ob die Granate dahin fliegt, wo sie soll. Offenbar nicht. Hallo, du. Augen auf Omris. Ja, ja. Hey, holen wir sie uns? Ne, mach das mal nicht. Was glaubst du, wir unten halten? Können alles was... Die können aber Leitern klettern, oder? Also theoretisch zumindest. Oh, schalte einfach ab, komm. Oh. Bist du high? Bin ich verletzt? Ich weiß es nicht. Ich sehe es in dem Dunkeln nicht. Ja, ich bin verletzt, alles klar. Ja. Oh. Da unten. Ah, sehr gut. Shit. Keine Ahnung, ist weg. Shit. Oh Gott. Hm, das waren die Sachen mit den Granaten. Aber da wir ja hier nicht im Immersive Mode Let's Play sind, können wir ja hier on the fly ein bisschen Kraften, ist kein Problem. Hat leider nur für zwei Granaten gereicht. Oh Gott, wie fliegt die denn hin? Toll. So, mal Schluss hier. So, kriege ich den da unten jetzt. Jawohl. Gut. Wir sind zwar wieder verletzt, aber kein Ding. Viele Gegner brauchen wir noch. 14. Alles klar. Ich mach mal das Nachtsichtgerät aus, damit wir die Scheinwerfer der Gegner besser sehen. Da unten. Die stehen alle da unten. Ich kann da aber nicht runterzielen, ohne selbst getroffen zu werden. Die ist also ohne runterzufallen. Wieder verletzt. War toll. Ja, ich hab Sel getötet. Genau. Und dich auch. Ich find's cool, dass die manchmal ihren Namen rufen. Oh, hallo. Da waren's nur noch elf. Ich bin kein Wichser. Ich hab sechs Jungen. Ich bin kein Wichser. Ich wicke. Warte mal. Tötet sie alle! Okay, in Bewegung. Was ist das Scheiße? Ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Der hat tatsächlich getroffen mit seiner blöden Schrotflinte. Ei, ei, ei. Augen auf, Hunde! Da geht der Puls hoch. Ist das ein Fenster? Ne. Ja. Tut mir leid, aber ich arbeite im Essens... in der Essensausgabe. Du frisst Blei. Noch Slacks, Gegner. Wer ist denn da? Ach so, er. Alles klar. Lalalala. Wer wirft denn da mit Granaten? Hat dir deine Mami nicht beigebracht, dass man nicht mit Dingen wirft? Köpfe unten halten. Ich verschwinde. Ja, verschwind mal. Ich warte auf dich. Verschwinde doch endlich. Augen auf, Amrisch. Haltet sie aus. In der Bewegung. Naja. Dann halt eben nicht. Alles. Okay, geh voran. Holt sie euch. Ich weiß halt nicht, was da unten ist. Ich werde es rausfinden. Ach, nix. Alles klar. Genau, irgendwas. Den kriege ich so nicht. Ich weiß nicht, was der sich erhofft zu sehen. Leg sie um! Konzentriert euch! Haltet alles, was ihr weht! Ich muss hier weg! Was ein nicer Schuss. So, wo bist du? So, ähm, drei fehlen noch. Zwei. Eins. Ich höre einen Heavy, der ganz in der Nähe ist. Der mir ein bisschen zu nah ist, eigentlich. Wo ist der? So, wo ist denn der? Heavy? Ach, der ist da unten drunter. Alles klar, ich verstehe. Gut, dann laden wir mal nach. Oh shit, ich wollte nicht runterfallen. Und wie euch! Ich gehe in Deckung! Und damit sind wir auf Level 7. Wunderbar, nice. Tschüss. Vielen Dank.